Wir fliegen in die Ferne, weil wir glauben, dort erwartet uns Urlaub, Erholung, Abenteuer und neue Erfahrung. Doch ist das immer nötig? Was, wenn wir genauso versuchen zu leben, als wären wir auf Reisen? Was, wenn wir uns anschnallen und vor unserer Haustür jeden Tag auf eine neue Reise gehen? Was, wenn wir unser Zuhause noch einmal neu entdecken? In unserem Falle Sachsen, wo ich auch schon glaubte, alles gesehen zu haben. Aber ich sollte eines Besseren belehrt werden. Ich bin ein Wunderschön. Oh, 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 oh. Das war's für heute. In unserem Alltag scheinen wir blind für Neues zu sein. Aber wahrscheinlich ist es nur eine Sache der Perspektive. Einen Schritt zur Seite und wir entdecken vielleicht in jedem Moment etwas Neues. Es liegt an uns, ins Abenteuer zu stürzen. Das große ganz klein und das kleine ganz groß zu sehen. Jetzt raus hier. Das Abenteuer liegt vor deiner Haustür. Solange du lebst. Das ist ein koholiker. Das ist ein koholiker. Ja, das ist ein koholiker. Dasselah der Haustür hat. Das ist ein koholiker. Ich meine, ich muss mir vor, dasselah die Haustür haben. Das ist ein koholiker. Das ist ein koholiker. Das ist ein koholiker. Was? Untertitelung des ZDF, 2020